Am liebsten trinke ich ein kühles Bier, mit wenig Kohlensäure und am Morgen ein Gau-Gau. Am Donnerstag Spinat mit Spiegelei und ein gekochtes Rindfleisch. Am Freitag gebackene Fischfilet und am Sonntag bevorzugterweise Schweinsbraten. Sehr gerne esse ich auch hier und mit Ei und für einen guten Bauernschmaus vor ein Kilometer weit. Bäuschl könnte essen bis zur Vergasung. 80 Prozent, 80 von 100 Prozent aller Einbrüche wären von Ausländern gegangen. Das hören die Gutmetschen dann wieder weniger her. Wenn du einmal die Wahrheit sagst, bist du gleich Rechtsradikaler. Weißt du, wie das neue türkische Lokal neben dem Haus heißt? Ist mir übel. Ich lasse mir auf jeden Fall nicht vorschreiben, was ich denken soll. Nicht von den linken und liberalen Zeitungen, schon gar nicht vom Rotfunk. Die Wahrheit gehört ungeschönt gesagt. Die heißt nämlich nirgends. Gegen das muss man was unternehmen. Wir müssen was unternehmen. Jetzt bleib stehen. Name Karl Kasbach Reisepostnummer 2349727 Gastronom Ort und Datum der Geburt Wien, 18. Februar 1965 Farbe der Augen, grau-blau Farbe der Haare, meliert Besondere Kennzeichen Karne Komplett wurde er. Schmidt abrir 去 beserkend vor ings bes علي bis 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 Vielen Dank.